So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Novus und wir befinden uns hier nach dem Livestream, der ja gestern stattgefunden hat und wir haben dort eine Menge Bullshit gemacht, wir haben eigentlich nichts Produktives gemacht, aber das zeige ich euch jetzt, ich bin schon auf dem Server drauf und man hört hier schon was arbeiten, ich weiß gar nicht was das ist, das Autocrafting müsste es glaube ich noch sein, falls es noch immer arbeitet, ich weiß es nicht, ne das ist schon fertig, ach ja, das ist das Ding hier, ok, gut, ich war gerade verwirrt, aber es ist das Ding, alles cool, ähm, ja, wir werden immer noch Sand erzeugen, äh, ich habe keine Million Copper, das ist mal das erste, wenn wir nicht anfangen, um euch ein bisschen was zu erklären, äh, ich habe leider es nicht geschafft, dass sich das Ding vollfüllt, ein anderes Problem, was ich habe, mein Brine ist ziemlich, ja, der Server lag übrigens auch ziemlich, mein Brine ist ziemlich ripp, ja, im Livestream hatte ich eine Konfrontation, sag ich mal, da oben fehlt ein Glas, mit Dena und, äh, der wollte hier mein Ding in die Luft jagen, hier, den Keller hier, da fehlt auch noch ein Elevator, der ist nämlich kaputt gegangen, ist ein bisschen was kaputt gegangen, ich habe alles repariert, ähm, aber es ist wie gesagt ein bisschen was kaputt gegangen und, äh, Dena ist eine Gefahr, die ich eliminieren wollte, also sprich, er sollte mir nichts mehr kaputt machen können und, da habt ihr im Chat geschrieben, es gibt ein, ein Item, das heißt, äh, Block Protector, ein Block, ja, das ist von der F-Tools, Use the Smart Ranch with this Block, Smart Ranch hier, ja, with this Block to select other blocks to protect them against explosions and other breakage, so, die Sache ist, ich habe das benutzt hier, ja, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite das war, ich glaube, hier müsste es gewesen sein, Nee, hier war es nicht, okay, ich erkläre euch kurz, was das Ding kann, man stellt das einfach irgendwo auf und man kann dann Blöcke markieren, jeden beliebigen Block, äh, innerhalb von 10 Blöcken in jede Richtung, okay, also, 10er Radius kann man es nennen, so, ja, und ich glaube, es war, aber das war sicher nicht hier, wo war das, oder habe ich das deaktiviert, ich weiß es gar nicht, ich habe es, glaube ich, deaktiviert, ich habe es ja wieder abgebaut, glaube ich, I don't know, ja, auf jeden Fall, das ist ein Block, den musst du damit Energie versorgen, je nachdem, wie viel du mal halt markiert hast, desto mehr Energie braucht er halt, und was dann passiert, äh, ging alle Vanille-Explosionen und Explosionen von, ähm, EF-Tools und alles mögliche, bist du geschützt, und, solange das Ding eben Energie hat, kann man die Blöcke nicht abbauen, egal mit welchem Tool, es ist unmöglich, er, taucht einfach wieder auf, es ist unmöglich, den abzubauen, okay, ähm, und, ich habe mir gedacht, ich schütze mich da gegen, gegen den aus Attacken, ja, und ich habe halt nicht gewusst, dass es nur Vanille ist, das habe ich dann rausgefunden, ich habe auf jeden Fall, ziemlich viel bei mir geschützt, aber im Endeffekt hat es halt nicht gereicht, um alles zu schützen, aber ich habe dann halt mal getestet, ob es klappt, und Industrial TNT geht einfach beinhart durch, so, weil Industrial TNT ist kein Vanille-Item, ja, normales TNT, kein Problem, wird alles abgeblockt, Industrial TNT, deswegen ist das nicht so gut verlaufen, aber ich habe Potenzial in diesen Dingern gesehen, und deswegen habe ich die hier auch im Moment, da, denn, ich kann damit, solange der Block mit Energie versorgt wird, alles beschützen, was ich will, das heißt, ich kann in ein anderes Haus gehen, von irgendjemand anderem, kann dort einen Block Protector irgendwo verstecken, irgendwo in dein Haus, an die Energie anschließen, ihn beschützen, und die Kabel zur Energiequelle beschützen, und dann irgendwas aufbauen, und das beschützen, und die können das nicht abbauen, es geht einfach nicht, es gibt einen einzigen Weg, den erwähne ich jetzt aber nicht, und ich frage mich, ob irgendjemand den rausfindet, oder ob es einen anderen Weg gibt, auch eventuell, ich habe nämlich ein paar Leuten ein Rätsel aufgestellt, ihr wisst ihr, ich habe die Geschenke gemacht, mit den 1024 K-Zellen, Ups, das ist falsch, so, hier haben wir die nämlich drin, drei Stück noch, die muss ich noch verschenken, im Stream habe ich einige Leute beschenkt, beglückt, wie man es auch immer nennen mag, zum Beispiel hier, der Izzy, der hat sein Geschenk schon, ähm, das steht nämlich hier drinnen, und so sieht das halt bei den Leuten hier aus, ein kleines Herzchen aus Diamanten und Redstone über eben reingemacht, ein Schild, äh, bei manchen mit einem Custom-Text, zum Beispiel beim Klim, weil wir halt beides ziemliche Weeps sind, also wir sind sehr, sehr große Fans von One Piece, und, äh, so haben wir, so sind wir ins Gespräch gekommen, und schreiben jetzt regelmäßig miteinander, zum Beispiel, und, äh, ich habe halt versucht, überall so eine kleine Message reinzubringen, ja, und, ein paar Leute sind noch nicht beschenkt worden, denn, wir sind die Zellen ausgegangen, einer davon ist Skate, und Skate wohnt ja hier, glaube ich, direkt irgendwo in der Nähe, das heißt, die könnten wir eigentlich als nächstes machen, warum ist hier ein Penis aus Shiny-Ohr, ich glaube, hier wohnt Basti, Basti ist eines dieser Beispiele, der, ähm, eines, ja, ein Geschenk um einen Baum, liebe Grüße, Vini. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht, nicht mal ich, nicht mal ich kann den abbauen, okay, es geht einfach nicht, so, er hat auch seine Zelle, aber, der Baum halt, ne, leider, ihr wisst, der Baum, und, äh, ich bin noch nicht vollendet fertig, wie gesagt, ich habe noch 13, drei Zellen übrig, das heißt, drei Leute werden noch beschenkt, und zu denen werden wir jetzt hingehen, wir werden zuerst gute Taten vollbringen, nämlich die Leute beschenken, und am Ende haben wir noch jemanden, den wir trollen werden, die Leute aus dem Stream wissen schon, wer das ist, deswegen los ist es da immer einzuschalten, aber die anderen noch nicht, und zwar haben wir noch vor uns, lass mich mal kurz nachschauen, wir haben noch den Skate und den Cars Crafter, zum Cars Crafter gehen wir mal, so, Cars Crafter ist eine Bude, ich glaube, der braucht das eher am allerwenigsten, aber, einfach der Vollständigkeit halber kriegt jeder etwas, und, äh, dem mache ich natürlich dann auch ein schönes Geschenk rein, und trollen werde ich den nicht, weil der Cars hat mir, nix getan, der, äh, lebt sein Leben, baut seine Sachen, äh, ich habe mir einige Male was von ihm sogar genommen, ohne zu fragen, was mir leid tut, ich entschuldige mich hier, mit diesem Herz aus Diamanten und Redstone, auch wenn du es wahrscheinlich nicht brauchst, aber es soll einfach eine nette Geste sein, alright, there you go, wird es ja, dein Diamantenherz, gefüllt mit Redstone, eine schöne Sache, und kriegst noch ein Schild oben drauf, ein kleines Geschenk, sorry, nein, sorry fürs Clown schreibe ich nicht, weil sonst glaubt ich, ich habe wieder was geklaut, habe ich aber nicht, so, biederser, er weiß schon, was abgeht, ja, er weiß schon, was abgeht, das ist immer mit Goldchess gemacht, das ist immer einheitlich, der Text ist bei manchen Leuten custom, bei manchen eben nicht, ähm, ja, coole Base übrigens, wollte ich mal gesagt haben, also der hatte das auch hier auch gut gelöst, mit, äh, Carpenter Blöcken halt, ist ganz eine gute Idee, so, ja, bei mir schaut es halt raus, aber whatever, so, ähm, dann gehen wir zu Skate, Skate hat aber keinen Teleporter, deswegen muss ich ganz kurz schauen, zu wem ich da am besten gehe, ich glaube, Zinus ist der nächste Nachbar, Zinus hat übrigens auch sein Ding bekommen, steht bei ihm drinnen, der hat mir auch mal, der Zinus ist auch wieder so ein custom Ding, der hat mir auch mal so, äh, eine 64k hat er ja allen geschenkt, und dann habe ich so gedacht, okay, super nett von dir, Zinus, jetzt schreibe ich dir, kriegst ein Geschenk zurück, kriegst eine 1024k, ja, ich hätte auch vielleicht bessere machen können, aber das Problem ist, ich habe kein Gold, die erste Verwünffachung läuft übrigens nicht, weil ich, äh, nicht mehr genug, oh, der hat auch so ein Hologramm, weil ich nicht mehr genug Gas habe, ähm, ich habe dieses Gas, dieses Hydrogenchlorid, das wird aus dem Brine erzeugt, also Brine und Hydrogen ergeben Sodium, Sodium und Hydrogen ergeben Hydrogenchlorid, und Hydrogenchlorid ist das, was in den, in die Injection Chamber, glaube ich, muss, ist das erste, die, die die Kristalle zu dem nächsten Ding macht, und das Problem ist, die läuft halt nur, wenn ihr das habt, aber, oh, lol, Alter, es stehen überall Nukes auch übrigens rum, oh, Alter, what the f-, ich habe damit nichts zu tun, ich schenke es geht nur sein Zeug, ähm, ja, und, ähm, das habe ich eben nicht, weil ich kein Brine mehr habe, ich brauche einen Biompainter, äh, weil meine Brine Tower produzieren einfach nicht genug Brine für Reaktor und für Fünffachung gleichzeitig, deswegen, prrr, rip, okay, gut, machen wir mal an jetzt hier, Added Sign Message, wir haben drauf, ähm, 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 ein kleines Geschenk, liebe Grüße, wen, so, kriegt er auch sein Geschenk, da könnte ich auch einen Custom Text machen, aber da muss ich gerade nachdenken, was ich schreiben sollte, hier sind Spinnen, ich bin voll paranoid, was diese Viecher angeht, weil einfach, ähm, Brian Bedrocki und Damm, oh, da ist auch viel drin, ne, ui, 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 ah, wie produziert er das hier? Transfer Node Liquids, World Interaction Update, aha, hier erzeugt er genau das gleiche im Prinzip, Hydrogen-Colid, genau das ist das, was mir eben fehlt, und das muss in die Maschine ran, und ich habe halt die bessere davon, also hier, das ist einfach Vierfachung, schätze ich mal, okay, äh, ich lasse mich ablenken, ich muss ja weitermachen hier, sonst kriege ich das nicht mehr fertig, die Folge, ich habe auch nämlich super Angst, dass ich das nicht fertig kriege, aus verschiedenen Gründen, die ihr dann gleich sehen werdet, ich lasse euch noch, für die Leute, die noch nicht wissen, wer der Letzte ist, zu dem ich gehe, äh, für die lasse ich nochmal alles offen, so, erledigter Fall, ein kleines Geschenk für Skate, und jetzt wird's Zeit, Leute, jetzt wird's Zeit, ich nehme bewusst diesen Weg, ich habe übrigens genau den Travel Anchor draufgepackt, ne, das Ding, ich nehme mir bewusst diesen einen Weg, weil ich, äh, mich nicht dorthin porten will, wo ich jetzt gleich hingehen werde, und ich frage mich halt gerade, wie ich hier rauskomme, weil Travel Anchor kann ich jetzt nicht benutzen, ähm, ich weiß es beim besten Willen nicht, gibt's hier überhaupt einen anderen Weg raus? Das ist eine sicke Base, muss man echt mal sagen, also, ja, wie, wie komme ich hier raus? Nein, egal, ich port mich zu dem anderen, der auch in der Nähe wohnt, ich glaube, in der Nähe wohnt auch noch, also, ihr wisst eh mittlerweile zu dem ich will, ja, ich will zu Devitor, habt ihr gut erkannt, ja, habt ihr super gemacht, so, jetzt muss ich schauen, wo der wohnt, nein, nicht M, J ist es, ähm, ich habe Angst, mich zu ihm zu porten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass ich sterbe, ich weiß, vielleicht ist es nicht so, aber ich habe einfach die Angst, dass ich sterbe und deswegen mache ich das nicht, so, also hier wohne ich, das sieht voll lustig aus auf dem Web, fällt mir gerade so auf, ähm, hier unten, also Early könnte ich mich porten, Early ist näher wahrscheinlich, okay, dann porten wir uns zu Early, Early hat auch sein Geschenk übrigens bekommen, also, der kann sich da auch, äh, einen abfreuen, ich weiß nicht, ob irgendjemand das schon entgegengenommen hat, äh, und die Trolls, die ich gemacht habe, ich würde sagen, dann schaut ihr euch einfach die anderen Folgen von den Leuten an, um zu sehen, wer das ist, den ich getrollt habe, ja, dann, dann wisst ihr denke ich mal schon Bescheid, ich Troll auch mal, ich kann das auch mal machen, aber es ist ja ein sachter Troll so, also die Bäume sind halt echt witzig so, und ich habe auch noch ein anderes, ich habe ein Rätsel gemacht für jemanden, ich glaube, da wisst ihr auch schon, um wen es geht, und eventuell schaut er sich das ja auch an, und das wäre ganz cool, so, ich hoffe halt, dass ich hier jetzt nicht irgendwie, zernichtet werde, das wäre nicht so geil, so, ähm, das ist das von Zinus, ne, kleines Geschenk Zinus, so, die Sache ist natürlich, ich will das halt, äh, wenn es geht, nicht hier hin machen, ich will das, wenn es tatsächlich legend ist, will ich das irgendwo hin machen, wo das ihm auch, ihr wisst schon, ne, auf den Nerv geht, auf gut Deutsch, nur, muss ich da halt den passenden Ort finden, also, hier ist, das ist glaube ich das Haus von Peter, bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, das ist es, ich frage mich gerade, wie ich runterkomme, in seinem E kann ich reingucken, aber das ist mir egal, ich will nach unten, hier sind überall Kabel, Lootkiste, ne, das ist nicht das, wo ich hin will, ah, hier ist ein Elevator, Etage 1 Crafting, okay, das sieht schon mal nicht so schlecht aus, eventuell können wir hier schon was machen, so, da ist mein Kopf, weil ich glaube, hier sind die Leute immer irgendwo gestorben, ja, hier war das, yo, okay, ähm, wir können es einfach hier aufstellen, ich brauche nur, das einzige Ding, was ich halt brauche, ist irgendwo Energie in der Nähe, irgendwo muss Energie in der Nähe sein, da ist eine Rakete, haben wir hier nicht irgendwo, warte mal, ist das, hier hinter muss Energie sein, okay, ein bisschen Troll muss sein, Leute, ein bisschen Troll muss sein, so, dann setzen wir den hier jetzt hin, hier kriegt er jetzt seine Energie, ist auch sofort voll, perfekt, so, und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert, ich gehe jetzt mit dem hier, da drauf, jetzt selekte ich den, und jetzt kann ich ihn rechts klicken, so, jetzt ist er beschützt, ja, auf Peter sieht meine Folge nicht, mal schauen, so, dann mache ich jetzt das davor, und jetzt kann ich zehn Blöcke in die Richtung, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, bis hier heran theoretisch, aber ich würde das eigentlich schon ganz gerne hier aufbauen, ich glaube, ich habe Erde mit, habe ich Erde mit, nein, ich habe natürlich keine Erde mit, das war nicht so schlau, ich frage jetzt, ob ich hier überhaupt den Baum pflanzen kann, ich glaube, dass das gar nichts wird hier, ich muss das woanders machen, ich muss das, ich mache mir da ein bisschen Platz hier drüben, ich muss, wenn ich FZ-Troll will, ja, guck, ich kann den schon nicht abbauen, ne, aber, ich habe hier noch die Ranch, das ist übrigens der Schlüssel dazu, aber den habe ich natürlich nur ich, ähm, und ja, deaktivieren und abbauen, that's it, so einfach könnte es gehen, wenn man die Ranch hätte, aber die habe ich natürlich nur ich, wie gesagt, so, also, bei meinem E-System muss ich auch irgendwo Energie fließen, ich muss mal kurz checken, okay, hier ist auch nichts, wo fließt denn hier Energie, es muss hier irgendwo Energie fließen, irgendwelche Geräte müssen auch hier verkabelt sein, Ender Energy Conduit, das sieht doch gut aus, okay, da ist ein, äh, Holo Cover wahrscheinlich, hä, geht das hier in den Block einfach rein, oder wie, das muss doch ein Cover sein, ah, das fließt hier im Block, okay, hm, Debitor hat das natürlich, der hat überall diese Kabel so verbaut, dass es echt schwierig ist, da was heimlich anzuschließen, eventuell hier drüben, ja, hier sieht es gut aus, das ist gut, das ist gut, das gefällt mir, okay, perfekt, hier machen wir das, so, stellen wir wieder dahin, ist wieder angeschlossen, jetzt selekten wir den wieder, zack, protected, ich meine, er wird es eh rausfinden, schätze ich mal, aber es ist trotzdem ein niceer Troll, und ich finde, Peter ist da einer, der sich nicht beschweren kann über einen Troll, so, dann machen wir den jetzt hier hin, und hier kommt jetzt der Zeppling hin, und dann lassen wir den Baum hier wachsen, komm, es muss einfach, es muss funktionieren, ich glaube, er hat nicht genug Platz nach oben, das war das, was ich befürchtet hatte, dass das hier nicht funktioniert, ich meine, ich könnte es eins tiefer versuchen, aber ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ich habe ehrlich gesagt, die befürchten, dass es keinen macht, aber ich muss das irgendwie hinkriegen, bei Peter ist das echt schwierig, hier ist kein Bohnenmeer, verdammt noch mal, okay, das funktioniert so nicht, dann habe ich eine andere Idee, dann habe ich tatsächlich eine andere Idee, pass auf, wir machen das einfach so, wir machen keinen Baum, sondern, wir machen, kann ich hier irgendwo craften, hat der eine Workbench, vielleicht kann ich in seinem E-System einfach craften, das wäre schon genug Tum, sorry, dass ich das hier weg mache, weil du das gebraucht hast, Peter, und zwar nehmen wir dann einfach mal, Diamanten, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, so, der Rest gehört natürlich dir, da würde ich dir ja nichts wegnehmen, und dann mache ich mir hier nochmal, die hier, so, eins, zwei, drei, sollte reichen, okay, so, dann gehen wir hier hin, und bauen dem Peter ein schönes, äh, Konstrukt auf, hätte ich gesagt, ich glaube, das reicht eigentlich schon, oder, ja komm, wir müssen eigentlich gar nicht machen, das ist doch, das ist doch ganz schön, ja, ein schönes Konstrukt haben wir hier aufgebaut, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, und was wir jetzt halt machen werden, ist das ganze Ding sichern, zack, 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 und solange dieses Teil da hinten jetzt Energie hat, unzerstörbar, und was ich natürlich auch machen könnte, wäre einfach den Conduit daneben, unzerstörbar machen, oder alle Conduits unzerstörbar machen, weil, es hat halt kein Limit, so, also ich kann halt sagen, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, das wollte ich nicht, wieso hat sich das abgebaut, hä, warte, 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 das habe ich nicht gewollt, Peter, das tut mir leid, das habe ich echt nicht gewollt, und du hast auch keine, oder, doch hast du, äh, Peter, ich, äh, ich erstatte dir das zurück, das war nicht geplant, ich wollte eigentlich nur einen lustigen Troll machen, hä, die sind eh noch da, das ist ein Bug, glaube ich, ich glaube, das ist ein Bug, dass die nicht mehr angezeigt werden, warte mal, ich logge mich mal kurz neue ein aus, eventuell liegt das daran, ich weiß es nicht, das ist jetzt echt, wollte ich nicht, falls jetzt irgendwas nicht funktioniert, warum ist das so, guck, hier funktioniert es ja, oh lol, ich darf nur, aha, okay, okay, so, also ich könnte jetzt alle Konduits auch noch beschützen, aber weil das gerade passiert ist, ist mir das jetzt zu heikel, deswegen lasse ich das lieber, so Peter, ich lasse die auch noch, äh, hier, das lasse ich die wieder da, tut mir leid, ähm, so, und dann machen wir hier kurz, die Kiste davor, machen hier wieder unser üblichen, Schabernack rein, das ist ja nicht der Schabernack, das ist eigentlich das gute Zeug hier, also hier ist ja, dann was ganz Liebes, also deswegen ist es halt auch, ihr könnt mir eigentlich nicht böse sein, ja, ich schenke euch hier was extrem wertvolles, und ihr kriegt halt alle ein bisschen was dazu, so, ist doch ganz okay, und außerdem stirbt niemand bei der Sache, das ist ein ganz cooler Troll, please no hate, dankeschön, so, alright, happy penis day, äh, ähm, happy penis day, was kann ich noch hinschreiben, jetzt sind wir, quit, so, hä, kann ich schreiben, ich glaube es lag gerade, lag es gerade, nein, hä, ah, es geht nur hier unten, okay, alles klar, er kennt sich schon aus, denke ich, von wem das ist hier, ähm, das Schild kann ich auch noch protecten, die Kiste weiß ich nicht, ob ich die protecten möchte, das ist ein bisschen aufwendig, weil ich da einen Block drüber bauen muss, und alles, aber das passt schon so, denke ich, okay, bevor ich hier irgendwas anderes noch antatsche, ich habe nichts kaputt gemacht, ich glaube, mir ist alles okay, äh, verpiesel ich mich einfach wieder, bin raus Boys, wir sehen uns, äh, hier, wo ist, ich habe das überlebt, sein Haus zu besuchen, das ist eigentlich schon etwas, worauf ich stolz sein kann, äh, und in dem Sinne, bin ich wieder raus hier, alles klar, so, alle Trolls sind vollbracht, wie gesagt, checkt gerne die Folgen von allen Leuten aus, die in den nächsten Tagen kommen, eventuell wird es da ganz interessant, was da so, an Reaktionen rauskommt, bin ich gespannt, da wollte ich gar nicht runden da eigentlich, ähm, ich bin gespannt, wie die Leute reagieren, ich werde auf jeden Fall auch reinschauen, ähm, vor allem, weil es halt echt viele Leute sind, die ich damit getrollt habe, also, es sind halt, ich habe halt allen was geschenkt, ja, allein deswegen lohnt sich schon, die Reaktion anzuschauen, und ich habe halt fast die Hälfte getrollt, so, und es, ja, ich darf auch immer meinen Spaß haben, okay, okay, gut, dann würde ich sagen, ich logge mich aus an der Stelle, und während die Folge, nächstes Mal sind wir wieder produktiv, da werde ich dann, ähm, einen Biompainter, also entweder nehme ich mit Castcraft oder mit den Buddies zum Beispiel aus, ich glaube, die haben dafür alles, weil ich muss echt mehr Brian erzeugen, andererseits lasse ich mir dann vielleicht irgendwie was einfallen, das ist nochmal Brian Tower Ball, let's see, let's find out, wir werden es sehen, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, ist gerne eine Bewertung da, wir sehen uns morgen wieder bei Novus, bis dahin, haut rein, und, ciao!